Herzlich Willkommen zu einer neuen Lektion Java für 2.0 General. Vor allem am dritten Teil weiter mit diesem echten Beispiel zur Erfahrung von der GUI und dem Code. Hier werden wir dann eine neue Person, aber die hat die Information aber auch nicht. Ich habe aber nicht ganz klickt, ich möchte, was geschieht, wenn ich dann eine neue Person sehe, was geschieht, wenn ich modifiere. Das muss der Programmeur von der Angabe kreieren. Wir entscheiden ganz einfach, wir machen eine neue Person, wir setzen den Alter, wir setzen den Rest und dann modifizieren wir die. Und dann können wir es direkt probieren. Wie dürfen wir, würde ich auch noch einmal reisen auf die Tue gebracht. Normalerweise gehen wir hin. Konnischmehr, dann Bienvenue am Monde. Und dann so etwas wirken. So etwas. Das wäre jetzt etwas. Du hast dann viel Zeit. Du wirst. Du wirst eine Art. Du wirst. Daaten wir es einen vieweden. plus R7.4.8 plus ... und dann wird es immer so mesurer cm. Ok, ich könnte noch aufbrieren. Ok, ich gehe direkt an die Hälte, das ist ein bisschen groß. Wir wollen den Starten. Guck mal die Sachen an der Grunde. Das steht in der Person dran. Stimmt's das wirklich? Bah, das ist immer wohl. Malenks. Schon so mit zweifeln. Ups. Ups. Erstens ist es effektiv zu groß. Ich schau mal mit großem Mann. Uff. Aber, bon, kleine Tippfehler. Aber das steht effektiv 0 an 0. Wo kommen die dann hier? Automatisch 0 an. Dann gehen wir da mal gucken. Person. Tick, voilà. Bei Name, Age und Name. Ja, die können automatisch 0. Das sind die Attribute und die hier gefüllt. Ah, das ist nicht klar. Ich mache doch also minus 1. Warte, das sind illegale Werte. Bei dem Alter negativ geht das nicht. Okay. Ein Recht negativ geht das nicht. Das steht noch minus 1. Ja, da steht noch minus 1. Das darf das aber nicht. Das will man nicht. Okay. Dann muss man das. Löffle den Klang. Ich schaffe den if schon ganz weit. Ganz genau. Wir müssen dann hier ein bisschen schlau funktionieren. Okay. So, String. Da tun wir den Age. Was gleich. Das tun wir. Okay. Und dann selber erstmal. Was da hier ist. Das ist ein Text. Was manchmal. Not idle. Dann gehen wir hin. If. Person. Get age. Ja, wenn die minus 1 das. Oder. Für ein bisschen Platz zu spüren. Wenn die striktem oder gleich 0 aus. Das zählen möchte. Dann der verschiedene Texte. Texturen aus A. Gleich. Das do. Das do. Das. Wie viele kleine Länge werden sie Füße nehmen. Ein bisschen. Wird ihnen zu viel Umschluss gemacht. Äh la la la. Eine. One. So. Ander zahlwurst. Matte greist. Copy. Paste. Heist. The sign. Oh. Ich habe auch einen Modspaß, die Variable für den Age, den Height und den anderen. Und als egal. Und dann ... Und dann schauen wir, und ... Und ... Wo ... Keine spas ... Mesur ... Mesur ... Rimm ... So viele cm. Und dann schauen wir, dass wir direkt zurückkommen. dazu können wir dann erwischen dass noch eine prozent ist perfekt mehr gibt wir nicht ein beispiel plus 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 dann ist was gesagt in 100 der schloss von den zu viel aus will aber kein ausgebrochen hatte können noch ein bisschen hier ist wir können die noch nach verbassen wand kinder stuhrers war die mesurie matklammern und die klammern kann ich noch verfeinert können da vielleicht wie das sturm von der nachdenken speichender kompilieren und testen person und das ging an informationen los sind wir den heute lobby ist dann ja das haben wir mit weg gefahren das versteht es nicht geklickt das einfach dokumentiert vielen anderen den heute noch selektioniert da behalten den spezial fahrzeug zu nehmen wo man stehen heute louis land macht das groß okay also logik fehlt nachfahrzeuge schäfer nicht modifiert wirklich damit da soll es geschehen in der mann wir sagen einfach mal so dass alles die sein das ist ein trick wie bei der nouvelle person knapschen doppelklick oder doppelklick muss noch passendet nicht alle dafür scheinbar mit tot aber kommt doch sagen romann gespräch wird geschieht dann bei empfungen und vom rest ist person zur andere zu modifizieren. Wir haben ein int, das ist für diesen Alter, das ist gleich. Dann gehen wir den slider. Da muss man gucken, was man da als Methoden hat. Wir haben value orientation maximum minimum. Ah, value misst das, was man will. Dann kriegen wir noch ein int raus, tipptopp. Da brauchen wir Schlussperson, Punkt, set. Geht ihr nicht mal ein int, oder war das so, weil sie bestückt haben? Nein, die heute sind nicht mehr mal int. Voilà, unser selbst mod int. Und dann wird Christ. Das ist gleich. Okulanta. TextField. Get value. Ah, okay, get value. Ah, ah. Was machen wir da? Moment, was gibt es? Was gibt es? Was gibt es da? Was gibt es da? Nein, wir müssen eine Methode erstens suchen. Ja, ich gebe ja. Und die erste Methode, die mache ich wirklich schon das. Get text. Ah, 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 ich gebe schon ein Problem. Ei. Einerseits String, auf der anderen Seite int. Thousand work. Thousand work, ganz genau. Und dafür muss man immer wissen. Ich habe noch andere denken, wir hatten etwas gesehen. Das wird ein integer dot value. Value of. Aha. Das ist gut, wenn ich mich noch erinnern kann. Voilà. Das heißt, ich gehe den Text, den ich auch getippt habe. Das war ein 12, der ich getippt habe. Egal, mir hier versteht das. Das ist ein Text. Angewandert den Text, ähm, als int. Also, ich hoffe, nochmal einfach, das ist doch wirklich ein 12. Das hat man. Sonst hat man ein paar schon. Das wurde ich gerade probiert. Ein Problem. Weil das leider eh von den Fehlern, die hier nur opteigen. Dann tun wir hier. Hit. Und dann, ctrl, enter. Und dann wieder gesit. Und dann doch direkt die richtige Variable. Oder? Start mal. Dann probieren wir aber keine Fehler loszumachen, hm. Warum? Dann wächst. Nouvelle Person. Alter, besonders die Fehl. Und dann 85. 85. Und dort modifieren. Ah. Das haben wir noch nicht geschickt. Und dann absolviert. Und da sind Fehler, den leider oft opteiert. Die Methode wird wahrscheinlich abgerufen. Hier heute. Wir ändern nur die Person. Wir haben noch neuernd gesagt. Soll vielleicht den Text noch ein bisschen updaten. Wir sehen uns, dass das noch richtig ist. Update 4 muss er abrufen. Ja, das ist nicht vergessen. Wir sehen uns, dass wir das auf Scanner gehen können. Merle, wenn ich glaube. Ich kann das ja drehen. Ich kann das nicht wissen. Ich kann das nicht wissen. Neue Person. Voila. Altorab sind die 50. Da. Was mit Klängen. Modifier. Et voilà. Ok. Bon. Nun müssen wir noch den halten. Ah, progressbar. Progressbar. Den müssen wir auch noch beifügen. Dass ihn dann irgendwie over heißt. Das machen wir dann high. Wie haben wir den genannt. Age. Progressbar. Age. H slider. Punkt. Set. V. Value. Und wir wollen den int. Ah. Wir wollen halt Christ. Voila. Wie du siehst. Ich gebrenne den Kontroll. Es passt. Andauernd. Vertippen sich mal noch. Ich möchte mal noch fehler. Alex. Nouvelle Person. App Store hin. 85. Und modifier. Es wird aber noch nicht gemacht. Hm. Hm. Fert. 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 Normalerweise, muss ich wahrscheinlich noch das Torlo machen. Probieren wir mal. Ah, ok. Trick sind. Leider geht nicht mehr damit. Ok. Nouvelle Person. Da hinten. Da hinten. Da macht es euch. Modifier. Ah. Das haben wir nicht. Uh. Das bleibt nicht geht. Oho. Guck mal mal. Properties. Maximum Minimum. Ah. Minimum 100. Äh. Das war richtig. Das kriegt. Da wird es T-Stufe weisen. Ja. Das wird aber nicht gemerkt. Dann habe ich die so ProNord. Par Default. Ich bin mir lieber ab. Nein. 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 Du weisen. Hm. Falsche Fehler. Das war richtig. Jetzt. Äh. Ich kontrolliere mal ganz schnell. Ah. Das ist nicht der Slider. Das ist nicht der Slider. Das ist nicht der Slider. Die falschen Abschickung. Ja. Ganz genau. Das ist nicht age. Das hate. Ich schwörs, dass du ab bist. Ja. Beim Slider. Ja. Das haben wir nicht gesehen. Äh. Do us. Oh. Das kann ich hier. Oh. Das kann ich mir wie inkafe. Boah. Mal mal. Live Debugging. Ja. Jetzt haben wir noch die Tippe bekommen. App-Assign-Agent. 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 Modifier. Ah. Geht. Uff. Technische Statue noch. Nichts anderen. Modifier. Dann geht den Text. Dann geht es nicht mehr. Dann geht es nicht mehr. Dann geht es bis 100. Dann fängt die bei 100. Dann geht es bis 100. Dann geht es dann 100. Dann machen wir gefangen. Tipp. Und zwar immer. Mannes. Mach-Assign-Agent. Punkt. Typischerweise. Ich würde 1,2. Okay. Modifier. Oh. kann da das den fehler wie könnt wollen ich habe es antippen wird nicht da das wird er will denn in der turnage das versteht ja dann müssen die vier wohnungen doppel will da muss ich heuer platz integrieren stammel schäuern dass ich es da 30 ist also als wir wollen schon einen tag so tippen dann das war schon relativ viel an die abgeseite schon noch besaust was kaputt schwanz wird ich hoffe ein tut er sich besser gefalle ist die gleich beispielsweise mal gemacht und wir kommen das noch verhältnis wo hier mal gespart verflucht kommt okay also mehr schmerz wird noch lange strömmen bis zum feiern deal